Ab 16 Uhr wieder ein buntes Showprogramm. Philipp Wellhöfer hat es für uns beobachtet und er hat sich Unterstützung geholt, nämlich Ashley. Ashley, Ashley, Ashley aufwachen, es geht los. Ja, auf durch die Menschenmassen, direkt vor die Bühne. Ja, da links, nach links, sehr gut, zum Männerballett. Und Ashley, wie sind sie? Die heißen Jungs. Ja, da läuft den Ladies das Wasser im Mund zusammen, beim Blick auf die Laugh-Hanse vom Gederner Karneval-Club. Auf, weiter, zum nächsten. Ja, nach so viel Erotik, mal was etwas ruhigeres. Der Chor des MGV Liederkranz geht an. Und Ashley, wir müssen dir noch jemanden vorstellen. Das ist Jens Kölker. Und der ist, ja, der ist, ja, geh erstmal zum Streit. Der ist dort nämlich für den Sommertour-Ferienwettbewerb zuständig. Da geht es heute darum, wer beim Stand-Up-Paddling auf dem Gederner See am aller, aller schnellsten ist. Boah. Erstmal einen Happen reinpfeifen, ne? Und Action. Die Zumba-Gruppe vom TV Gederner, auch Teil des Hessenschau-Sommertour-Nachmittagsprogramms. Ashley, mal wieder Ballett? Nee, brauchst nicht schon wieder sabbern, denn diesmal sind's andere. Es sind die Super-Minis vom Gederner-Karneval-Club de la Panse. War schön, ne? Auf, gehen wir nochmal Musik hören. Da läuft doch schon wieder Speichel, oder? Beim Showcock-Song-Songs-Werein-Wenings. Na, das war diesen Nachmittag schon ne ganze Menge. Du hast dir's verdient. Ab ins Wasser mit dir. Und jetzt nochmal schütteln, bitte. Danke. Danke.